moin moin und herzlich willkommen auf dem kanal von unsere kleine reisewelt und herzlich willkommen auch zu diesem neuen video und herzlich willkommen aus dem regnerischen dänemark wir sitzen noch im pölter am frühstückstisch im wohnwagen blog 2 ja da wird gelacht blog 2 pfingsten 2022 startet nach dem intro ja vielleicht auch mit besserem wetter wir schauen mal also intro und dann geht der blog weiter regen abgepasst wind ist wieder da übrigens der erste test ist hier mit externen mikrofon aber wir gehen jetzt erst mal zum strand und dann sehen wir weiter aber da war das schlechte wetter und ich befürchte da kommt noch mal ein bisschen schlechtes wetter wir sind ja gut angezogen also geht jetzt in die richtung wieder richtung campingplatz ach da regnet es auch schon sehe ich schon aber so ist das halt in dänemark gibt kein schlechtes wetter nur schlechte kleidung ich auch ist auch wieder ganz schlimm voll hier segelboote fischerboote alles viel los also auf dem wasser ist mehr los als am strand also wie wird die richtung I was the girl all alone in the corner, drinking by herself on a Saturday night. You were the guy with your friends at the doorway, pretending that you had the time of your life. Had we met before, instinct chemistry was so glad you came. Had we met before, laugh innocently, but it didn't feel, it didn't feel like thunder or lightning, but something struck me when I was looking into your eyes. Wasn't love at first sight of fire, burning bright, but now I know what it was. It was like coming home. We were making our way through the town, yet never really wanted the night to end. And I was wishing you'd stick around, still I was thinking we were just friends. Had we met before, instinct chemistry was so glad you came. Had we met before, laugh innocently, but... Kaum sag ich's. Und hab natürlich jetzt hier wegen dem externen Mikrofon auch keinen Schutzwasserschutz an der Action Cam. Normalerweise ist die ja wasserdicht. Fing ich's schon an zu tröpfeln, aber nur tröpfeln, ne, Schatz? Ja, bis jetzt ist noch alles gut. Dafür, dass ja eigentlich gar kein Regen mehr angesagt war, aber... Wär ja auch alles nicht so tragisch, weil ich hab nicht mal einen Regen jetzt gebt. Schlimm ist das. Kiste einmal vor die Tür. Einmal frisch kusch vor die Tür. Gleich immer. Ja, ist das auch. Hier ist übrigens der Bunker aus dem letzten Video, wo die Wellen so gebrochen sind. Heute liegt er fast frei. Immer sehr faszinierend, wie sich das mit den Wellen immer so entwickelt. So, jetzt sieht's ein bisschen stärker. Ich mach erstmal aus. Das regnet doch wieder ein bisschen. Ein Wettervideo. Genau. Erst im Juni. Und der Hund auch noch nass. Das ist eigentlich das Schlimmste, der ganz bestimmt. Nasser Hund im Wohnwagen. Ja, das ist leider dann so. Ich werde schon wieder völlig schief. Wird jetzt auch mehr. Also, schnell ab in den Wohnwagen. So, vielleicht hört ihr das Prasseln. Ein Wettervideo. Da hält nur ein schönes warmes Getränk bevor es nachher zu den kalten Getränk übergeht. Ein Wettervideo. Ja, war gar nicht mehr angeragt. Aber ist ja schön. Die Wetter ist ja groß genug. Da können wir uns schön drin ausbreiten. Ja, Nela liegt auch schon. Und wärmt sich wieder auf und trocknet. Ja, ich glaube so viel wird dann heute nicht mehr passieren. Aber für einen Vlog wird es, denke ich, noch reichen. Also den zweiten Klima bestimmt noch voll für heute. Und für morgen, wenn nicht, dann blenden wir mal wieder ein bisschen Fahrvideos auf der Rückfahrt ein. Dann geht's. Und dann geht's. Da geht's. Da geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020